Guten Morgen zur Samstagmorgen-Inspiration für Führungskräfte. Ich bin Axel Dein, Führungskräfte-Coach. Heute geht es um die Entlassung von Mitarbeitern. Und es wird anders, als du es erwartest. Einer meiner Coaching-Klienten, mit dem ich seit einem halben Jahr zusammenarbeite, hohes Führungskräften-Niveau im Management, ist seit vier Jahren bei einem Unternehmen. Seit einem Jahr gefällt es ihm dort überhaupt nicht mehr, er will weg. Seit einem halben Jahr arbeiten wir zusammen, weil sein Chef ihm vor einem halben Jahr gesagt hat, es muss sich was ändern. Er hat auch manche Sachen verändert, absolut, aber, naja, noch nicht so richtig viel. Und Freitag vor einer Woche hat er die Kündigung bekommen und seine Antwort auf meine Frage, wie geht es dir, war, ich bin erleichtert. Weil ich jetzt endlich einen Endzeitpunkt habe, auf den ich hinarbeiten kann und wo ich meinen Hintern hochkriegen muss. Was ich dir damit sagen will ist, wenn du als Führungskraft alles mit einem Mitarbeiter versucht hast, ist es vielleicht für den Mitarbeiter wichtig, dass du den Schritt machst. Hab ein schönes Wochenende.